Guten Morgen liebe Leute, ich bin richtig am Arsch. Wir haben nur eine Stunde gepennt, weil so ein scheiß Engländer bei uns im Zimmer mega geschneicht hat. Ich habe sogar aufgenommen, wenn es gut geworden ist, dann blende ich es jetzt ein. Kennt ihr auch Leute, die einfach... Auf mal, der Check-in ist behind. B1? Ja. Alles klar, wir gehen kurz zum Check-in. So, haben jetzt eingecheckt, was ich eigentlich sagen wollte. Kennt ihr auch so Leute, die einfach nur ultimativ laut schnarchen, einfach nur Nerven nachts? Habt ihr irgendwelche Tipps, was man dagegen machen kann, weil er war zu weit weg und ihn schlagen konnte ich einfach nicht. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr irgendwie eine Methode wisst oder keine Ahnung. Schreibt es einfach unten rein. Nächstes Mal wende ich das an. Wie kennt ihr euch? Das ist wieder ganz witzig, die wollen alle wieder Fotos machen. Hallo. Bye. Bye. Ja, ja, ja. Wir sind in Bangkok angekommen, wir suchen uns jetzt Bus raus nach Pattaya, hoffentlich kriegen wir einen, wenn nicht müssen wir halt irgendwie in Bangkok bleiben, keine Ahnung, mal schauen, erstmal was trinken, ich habe mega Durst. Und dann sehen wir uns im Bus in Pattaya oder keine Ahnung, mal schauen. Wir sind in Bangkok angekommen, wir haben einen Schweizer kennengelernt, der hat gemeint, in Pattaya ist es kacke, das haben wie nur Sextouristen, so alte Säcke, wie alte Russen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jetzt hier einen Tag länger bleiben in Bangkok und danach, wohin gehen wir? Äh, weiß ich nicht. Weißen wir nicht. Mal schauen und mal seht sich irgendwann. Schau mal, wie der da ist. Hallo! Hallo! Wir gehen jetzt hoch. Es filmt, ne? Wir haben jetzt hier, ein paar Wacken und gehen mal Musik. Krass! Hallo, liebe Leute! Was ihr da habt, liebe Leute? Was ihr da habt, liebe Leute? Was ihr da habt, liebe Leute? Wir spielen jetzt einfach um 40 Dollar, 4 gewinnt! Oh, 40 Watt, ich dachte, 40 Watt, 4 gewinnt! Oh, scheiße! Egal, um 40 Watt, 4 gewinnt! Sei das genauer. Bis zum nächsten Mal. Lotte ist nicht noch fällig! Einz, zwei, drei, sorry! Ah, stehe mich nicht! Das war so schlecht! Gott. Wir verarschen dich. Hanna will sich verabschieden. Ich wollte nur mal Tschüss sagen. Es war nämlich nur für einen Abend. War lustig, ne? War cool, oder? Und ihr habt mich die ganze Zeit geschnalzt. Ich hab das blaue Flecken an deinem Abend. Du uns auch. Es hat so wie getan. Nicht weh getan, aber mir hat's weh getan. Niemals. Ich schick ihm morgen Bilder, vielleicht kann er das reinmachen. Hey, wo war das für meinen Bizeps-Film? Das ist so scheiße. Es kommt alles rein. Alles klar. Wir gehen jetzt dann schlafen. Der andere holt sich noch ein Sandwich und Bye-bye. Bye-bye. Bis in Germany. Bis in Germany. Simulator-Alligator. Alles klar. In der Waldkogodale. Okay, halt jetzt aufmachen. Ja, whatever. es ist klar. Chiapel ist, jeder so nicht mehr.